Der echte Superman Als Henry Cavill die Hauptrolle in Man of Steel übernahm, wollte er keine unnötigen Tricks. Er lehnte es ab, Steroide für den Muskelaufbau zu nehmen oder seinen Körper für die Oben-Ohne-Szenen digital verstärken zu lassen. Cavill meinte, er wolle an seine Grenzen gehen und sich der Rolle des Superman als würdig erweisen.